Meine Beobachtung ist, dass wir in unserem Kulturkreis die Freundlichkeit unseres eigenen Gesichtes sehr oft dramatisch überschätzen. Wir gehen einkaufen, wir gehen in Lokale und ärgern uns darüber, warum der Kellner, die Verkäuferin so unfreundlich reinschaut. In dem Moment, wo wir uns aufregen, fällt uns gar nicht auf, dass wir in dieses Lokal selber mit so einer Mimik reingegangen sind. Wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es zurück.